60 Sekunden Haustier Übergewichtige Hunde haben eine engeschränkte Lebensqualität. Sie leiden oft an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Arthritis, Gelenkschmerzen oder Hauterkrankungen. Möchte man dem entgegenwirken, sollte man auf gar keinen Fall eine Radikalkur oder nur Diät wählen. Als Faustregel gilt, dass der Hund maximal 2% seines Körpergewichts pro Woche verlieren soll. Dabei hilft eine Futterumstellung. Schrittweise mischt man das neue Futter zu dem alten Futter dazu, bis die Umstellung komplett ist. Dieses Futter ist idealerweise eine Mischung aus Lamm und Reis, frei von Farbe, Rahmen und Konservierungsstoffe, jedoch mit viel Vitaminen und Mineralstoffen angereichert. Damit sollte der Vierbeiner bald wieder auf dem Weg zur Idealfigur sein. 60 Sekunden Haustier wird präsentiert von Lagerhaus.